Schnell und effektiv so richtig Gas geben, das kannst du, wenn du den Kettlebellswing beherrschst. Dann kannst du nämlich ein ganz kurzes Volumentraining machen. Das heißt, du brauchst dafür ca. zwischen 5 und 7 Minuten. Und zwar ist dein Versuch, 100 Sphinx zu machen und du addierst das Gewicht jedes Swings. Und dann versuchst du nach und nach, das machst du am besten täglich, also wenn du sonst kein anderes Programm hast, aber irgendwas für dich tun willst, weil so ein Kettlebellswing nutzt einfach sehr, sehr viel von deinem Körper. Irgendwie Spezialmuskulatur nicht, aber alles, was Rumpfstabilität angeht, Griff, Schultern. Also wenn du Kettlebellswing mit einem schweren Gewicht machst, dann musst du einfach deinen Körper in der Bewegung gegen das dynamische Gewicht zusammenhalten können. Und daher ist das eine wahnsinnig gute Übung, die sehr viel Übertrag hat zum normalen Leben. Also, einfaches Volumentraining. Du machst so viele schwere Swings, wie du kannst, machst dann eine kleine Pause und machst dann wieder weiter. Addierst du das Gewicht von jedem einzelnen Swing. Zum Beispiel, du startest mit einer 32er Kugel, machst dann mit, sag ich mal, 10 mal 50 Swings. Danach merkst du, ah, der Saft geht mir aus. Ich schaffe das jetzt nicht mehr innerhalb der 7 Minuten ungefähr. Ich nehme dir jetzt eine leichtere und dann ballerst du eben halt die restlichen 50 mit einer 24er durch. Dann addierst du das ganze Gewicht zusammen und dann siehst du eben halt, okay, ich habe jetzt dieses Gewicht insgesamt bewegt, also als Tonnage. Und dann versuchst du einfach über einen längeren Zeitraum diese Tonnage Schritt für Schritt zu erhöhen. Also, das war jetzt hier bei mir. Ich habe jetzt mit der 48er wieder losgelegt, immer einen 10er, damit ich nicht zu sehr kaputt gehe. 50 Stück davon gemacht. Dann habe ich festgestellt, verdammt, ich laufe hier mit der Zeit raus. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich steige jetzt auf die 36er um. Das war jetzt allerdings für mich so leicht, dass ich 50 in einem durchballern könnte. Wenn man das Ganze eben halt miteinander addiert, dann habe ich jetzt so wie 4,2 Tonnen bewegt. Also, ja, ganz okay für den Seniorensport, denke ich. Wenn du jetzt keine weiteren Kettlebells mehr hast, wo du sagst, ah, ich kann jetzt nicht höher gehen, dann könntest du gegebenenfalls dann auf 110 oder auf 120 gehen. Aber natürlich ist es feiner, falls du genügend schwere Kettlebells am Lager hast oder im Dungeon. Ich bin da hier ein bisschen verwöhnt, aber ansonsten wird das bestimmt für dich klappen. Und wenn du mit irgendwas ein Problem hast, schreib mich an und ich finde dann eine Lösung für dich. Bye, bye.